...dreißig Grad und das ist die Gruppe Aktion direkt, Crossover aus Braunschweig. Sie behaupten diese Jungs? Sie fährt? Absolut nötig. Ich erzählte Ihnen noch von diesem Schulbus. Der Attentäter war ein Junge. In einer Welt, in der Kinder andere Kinder in die Luft sprengen, ist jeder eine Bedrohung. Okay, ich glaube, ihr seid genauso wie wir, auch eher die Sturmverrückten. Sturm, Sturm, von Kopf bis Rump sind wir Sturm. Wir sind so Sturm, von Kopf bis Rump sind wir Sturm. Wir sind so Sturm, von Kopf bis Rump sind wir Sturm. Wir sind so Sturm. Wir sind so Sturm. Sturm, bis Rump sind wir Sturm. Wir sind so Sturm, von Kopf bis Rump sind wir Sturm. Wir sind so Sturm, von Kopf bis Rump sind wir Sturm. Sturm, bis Rump sind wir Sturm. Wir sind so Sturm. Vielen Dank.